Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft von Bauernhof bzw. wieder tief in der Mine. Und heute sehen wir tatsächlich mal zu, dass wir runterkommen auf dem Bedrock. Gestern haben wir ja die Schlucht entdeckt. Und ziemlich coole Schlucht, muss man ganz ehrlich sagen. Vielleicht gehen wir auch erstmal an der Schlucht runter und gucken uns, gehen denn die Schlucht ein bisschen entlang. Das könnten wir natürlich auch machen. Wir müssen aufpassen, dass hier keine Viecher stehen. Und ihr habt über die Kommentare geschrieben, dass ich Emerald mit einer Eisenspitzhack abbauen kann. Das will ich dann auch gleich mal tun. Und zwar, lass mal ganz kurz gucken, was hier los ist. Vielleicht, dass hier jetzt gleich einer um die Ecke kommt und explodiert. So wie der da zum Beispiel. Aber der ist weit weg, ne? Ja, der kann mir nix. Der kann mir nix. Wo war denn? Warte mal, kann ich den wieder einsammeln? Ja. Wo war denn das mit Emerald? Der war doch hier vorne irgendwo, ne? Den habe ich doch... Den habe ich doch von der anderen Seite auch gesehen, ne? Oh, guck mal, das ist auch Gold. Oh, hier ist richtig viel Zeug. Pass mal auf, wir müssen uns mal hier rein arbeiten. Aber nicht mit der Spitzhacke, sondern mit der Spitzhacke. Wenn wir mal ein bisschen hier vorsichtig beigehen. Oh, guck mal, da unten ist auch einer. Ein Creeper. Der eine Lüfter hört sich gerade komisch an. Naja, okay. Ähm, dann wollen wir das mal hier rausholen. Oh ja, nice. Wir haben, wir haben ein Emerald. Wie geil ist das denn, bitteschön? Wir müssen halt auch gucken, dass wir den jetzt safen, weil ich bin ja nicht in gemoddet Minecraft, wo ich irgendwie einen schönen Grabstein habe oder so, sondern wenn ich hier sterbe, dann liegen da meine ganzen Items rum. Und das ist da ein bisschen doof, weil wenn ich nicht rechtzeitig da rankomme, dann könnten sie ja despawnen, ne? Wo man tatsächlich wirklich irgendwie tief runterfällt, denn ist es nicht so schön. So, das packen wir mal hier rein. Äh, Iron habe ich jetzt auch noch nicht so viel, dass ich jetzt unbedingt hier, ich mache gerade mittlere Maustaste, habe ich mal reingeklickt, weil ich dachte, dann sortiert sich das automatisch. Tut es natürlich nicht. Weil ich ja keinen Mut drauf habe. Aber das ist auch gut so. Also ich finde das gut, weil dann bleibt man wenigstens so ein bisschen, bleibt man so ein bisschen geerdet, ne? So, ich würde tatsächlich sagen, ja, gehe ich jetzt weiter hier runter? Also da drüben hin? Oder gehen wir auf der anderen Seite runter? Beziehungsweise wollen wir da drüben mal reingehen? Wir können da drüben mal reingehen, ne? Mal gucken, was da eigentlich, was die andere Kamera da sagt. Und dann gucken wir vielleicht, dass wir uns dort irgendwie runterarbeiten. Vielleicht haben wir ja auch Glück und sehen hier jetzt auch schon viele, viele tolle Sachen. Müssen die Augen ein bisschen offen halten. Nicht, dass auf einmal, nicht, dass auf einmal A, Creeper vor uns stehen und explodieren. Oder, also die anderen Monster, die sind mir eigentlich alle ziemlich Latte. Oh, ich wollte gerade sagen, ey, da hat der Jader einen kleinen Lag gehabt. Die anderen Monster sind mir eigentlich alle ziemlich Latte. Hier ist halt Iron, das können wir gleich mal mitnehmen. Weil, also, die kriege ich weggeboxt, ne? Ohne Probleme. Aber jetzt, ein Creeper ist halt, wenn da irgendwo ein Creeper ist, der macht halt richtig Schaden, ne? Beziehungsweise, ja, das könnte schon, das könnte schon böse sein. So, ich will mal gucken, dass wir das ganze Eisen, was ich hier so sehe, abbauen. Weil das ist ja, das ist ja etwas, was wir auf jeden Fall brauchen. Das mache ich auch immer gerne mit der Eisenspitze, zack, ja? Auch wenn ich das mit der Stein auch machen könnte, aber in diesem Fall geht es dann ja auch deutlich schneller, ne? Zack, ein bisschen was eingesackt, sehr schön. Ja, war auch noch ein bisschen, äh, auch noch ein bisschen Eisen, noch eine kleine Ader. Oh, ich habe einmal ein Bild gesehen von, ähm, das war auch im Minecraftpedia, wo quasi mal so gezeigt wird, wie so eine, oder die haben einen Chunk, oder mehrere Chunks generieren lassen. Und dann nur, ähm, nur die Iron Adern generieren lassen quasi. Und dann sieht man halt diese ganzen, die ganzen, ähm, diese ganzen Iron Adern, äh, ja, einzeln in der, in dem, in dem Chunk schweben, oder in dieser Welt schweben. Und dann sieht man halt, wie so, wie diese, wie diese, wie heißt es, diese Adern dann halt aussehen. Das ist schon ziemlich cool. Und dann halt so eine kleine Erklärung dazu, dass halt die immer ellipsenformig sind und so weiter und so fort. Und das war schon, äh, sehr, sehr interessant, wo ich das gesehen habe. So, da ist auch noch Iron, das nehmen wir auch noch mit, natürlich. Immer her damit, immer her mit dem guten Iron. Da können wir da auch gleich vielleicht ein bisschen was einschmelzen wieder. So, zack, das haben wir. Da drüben ist halt auch noch Iron, da ist Kohle. Hier machen wir mal eine Fackel hin, damit wir was sehen. Wir müssen ja auch, wir müssen auch gucken, was wir hier abarbeiten, ne. Nicht, dass wir, nicht, dass wir irgendwas komisches abbauen. Und nachher fragen wir uns dann, wo ist das denn alles hin, weil wir das komisch abgebaut haben. So, da haben wir eine kleine Treppe rein, dass ich hier auch wieder rauskomme. Dann machen wir das mal weg hier. Oh, das ist runtergefallen gerade, ne. Ja, ja, der ist, der ein Stück Kohle ist gerade runtergefallen. Ich hätte ja mal Bock. Also, ich weiß bloß noch nicht, wann ich das unterbringen soll oder wie ich das unterbringen soll. Oder das Gold, ne, da könnten wir uns eigentlich auch mal hinarbeiten. Wie ich das unterbringen soll. Jetzt ist meine Steinspitzhacken, okay, dann nehmen wir jetzt Iron weiter. Dann habe ich jetzt ja meine, dann haben die Steinspitzhacken jetzt ihren, ihren Tribut erfüllt. Und können dafür, können jetzt für immer das Zeitliche segnen. Erstmal, bis wir, oh das, äh, Gravel. Genau, ich habe angefangen, ich hätte ja auch mal Bock, das gibt ja auch solche Freebuild-Server. Also, wo man drauf geht und dann halt, oh Gott sei Dank fällt das nicht runter. Wo man dann drauf geht und dann auf dem Server halt irgendwie seine Stadt errichtet oder sonst irgendwas, ne. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich auch mal Bock drauf, einfach auf so einem, auf so einem Server was zu spielen oder ein bisschen was aufzubauen. Da muss man natürlich aber auch die Zeit für haben, ne. Weil ich denke mal, das wird richtig, das würde richtig Zeit kosten. Ich bin ja auf einen der größten, glaube ich, auf einen der größten freien Freebuild-Server. Äh, bin ich ja ein bisschen tätig. Also was heißt, nee, was heißt ein bisschen tätig. Ich habe da vor, vor etlicher, vor etlicher Zeit mal im Starter-Bereich mir ein Grundstück angefangen, ein bisschen da drin rumzubuddeln und so. Aber sonst nix, nix weiter gebaut. Aber vielleicht wäre das mal eine coole Idee, mal ein bisschen was weiter zu machen, um mal, vielleicht, wenn man Vanilla-mäßig irgendwie was bauen möchte oder so. Das würde, glaube ich, ziemlich cool sein. Aber ich muss mal gucken, wie ich das, ob ich das unterkriege und in welchen, in welchen Format ich das reinpacke. Ob ich das jetzt im Stream mache oder ob das eher so, eher so ein LP-Format wird oder vielleicht sogar ein Together-Format mit irgendjemandem. Ich bin da absolut, ähm, keine Ahnung, absolut keine Ahnung. Weil eigentlich, eigentlich kann man ja auch, ähm, oh, hier ist aber auch viel, hier ist aber auch irgendwo ein Mob, ne? Ich höre ihn auf jeden Fall. Geh mal ein bisschen hier entlang. Ach, guck mal, hier kommen wir, oh, guck mal, hier waren wir schon mal. Oh, nice, dann bin ich hier nicht weitergegangen, weil ich dachte, dass da, dass da geschlossen ist. Wo ist denn der Mob? Sind die über mir? Oh, fuck, sie sind über mir und ich komme hier nicht weg. Oh, lol. Hab ich ein Glück gehabt, ey. Hab ich ein Glück gehabt. Alter, der hat uns beinah weggerissen. Da unten ist auch Gold, ne? Kommt da noch mehr? Ne. Aber hier ist irgendwo noch einer. Ich höre ihn ja. Ähm. Ich will mal ganz kurz das Eisen hier rausholen. Da kommt dann doch wieder die, die, ähm, die Geschichte durch, dass man doch lieber gerne schnell mal Ressourcen abbaut. Die Kohle lasse ich, die würde eh nur vorbeifallen. Oh, da ist auch noch, äh, da ist auch noch Iron. Ah, der Creeper war gerade eben ganz viel, da wäre krass, ne? Da war gefährlich. Aber gut. Ah, ich habe ja auch eine Rüstung an, ne? Dementsprechend bin ich ja auch einigermaßen geschützt. Ja, interessante Gegend hier. Ich glaube, wir sollten mal zusehen, dass wir uns weiter, weiter nach unten buddeln. Dass wir zum Bedrock kommen. Und dann halt dort noch ein bisschen, ja, noch das ein oder andere, das ein oder andere Erzchen rausschürfen. Witzigerweise ist ja, ich habe diese Folge auch wieder angefangen. Heute beginnen, heute kommen wir zum Bedrock runter, ne? Und jetzt bin ich hier in dieser Spalte am rumbuddeln oder an der Nähe der Spalte am rumbuddeln. Anstatt auf den Bedrock runter zu gehen. Naja, so ist das halt. Aber es macht Spaß. Es ist halt immer noch die Frage, wie ich da jetzt runtergehe, ne? Ich glaube, ich werde, ich glaube, wir machen das so, dass ich hier mir so ein bisschen eine Plattform hinlege. Da auch. Und dann kommt da eine Fackel hin, da eine Fackel hin. Das kommt weg und dann gehen wir hier wieder rein. Genau, so machen wir das. Zack. Zack, noch ein tiefer. Ach ja, ich freue mich. Jetzt müssten wir auch bald, oh, ich habe keine Fackel mehr auf der Aufwand. Jetzt müssten wir auch bald, das war auch jetzt gerade nicht zu tief für die Fackel, ne? Die ich da angebracht habe, weil da kommen ja noch, da sollen ja auch nochmal Stufen irgendwann hin. Ich muss ein bisschen aufpassen, wo ich hier gerade runtergehe. Beziehungsweise wir werden gleich auch wieder einen kleinen Richtungswechsel einschlagen. Ja, wir haben schon wieder genug nach, oh, hier ist Gravel. Kommt aber keiner runtergefallen. Noch nicht, da ist welcher runtergefallen gekommen. Okay, dann gehen wir jetzt, ah, hier. Oha, eine Treppe, eine Treppe auf Gravel bauen. Auf Gravel bauen. So, da mal eine Fackel hin. Zack, zack, zack. Mal gucken, ob ich jetzt wieder in der Schlucht gleich rauskomme. Das könnte nämlich ziemlich gut passieren. Ich hoffe aber, dass ich unter der Schlucht rauskomme. Das ist meine Hoffnung so ein bisschen. Müssen wir mal schauen. Oh, da ist Eisen. Oh, nice, Eisen. Also, an Eisen wird es, wenn wir mit unserer ganzen Meining-Geschichte fertig sind, nicht mehr mangeln. Wir hätten ja auch, fällt mir jetzt gerade wieder ein, wir haben ja auch unten beim Bauernhof angefangen zu minern, ne? Fällt mir gerade ein, wo ich hier am Rumminern bin. Das habe ich echt total vergessen. Da hatten wir ja auch schon angefangen, ähm, wie heißt es? Solche Stripmines zu machen, also Schächte immer zu machen und zu minern. Das hatten wir ja schon. Ah, okay. Jetzt passen wir auf, wir gehen mal hier wieder rüber. Ich hoffe mal, dass wir langsam auf den Bedrock runterkommen. Zack, da mal eine Fackel wieder hin. So, äh, obwohl, äh, warte mal, ich bin jetzt, glaube ich, gerade verkehrt. Wir machen mal dieses, dieses Dreierprinzip wieder. Das ist, glaube ich, genau das Gleiche, wie ich vorhin auch hatte. Ich muss nur aufpassen, dass, wenn ich jetzt hier reinlatsche, dass da auch immer ein Untergrund ist, nicht, dass ich auf einmal, oh, schön wie der Eisen. Hier ist Bedrock. Da ist der Bedrock, da ist der Bedrock. Hallo Bedrock. Wir sind am Bedrock. Zack. Sehr schön. Das ist also hier Bedrock. Das heißt, das hier ist ja die höchste Ebene von Bedrock schon, ne? Das heißt, wir werden uns jetzt hier mal so ein bisschen eine, eine kleine Räumlichkeit einrichten, von der wir aus anfangen zu, zu minern. Das ist jetzt schon so ein bisschen zu tief. Ähm, genau, das machen wir mal wieder zu, das Ganze. Da sehe ich ein Bedrock, das reicht mir eigentlich. Dann weiß ich nämlich, dass das hier so meine, meine Starterposition ist, mehr oder weniger. Und dann, achso, wir müssen mal nochmal treppen. Habe ich jetzt keine dabei. Gut, dann werden wir jetzt erstmal noch ein bisschen die Gegend hier erkunden. Ne? An dem Bedrock quasi. Wir gehen ein bisschen entlang. Und dann schauen wir mal, dass wir uns die ersten Schächte quasi vorbereiten. Und dann hier alles nach und nach wegminern. Wir werden den ganzen Berg von unten untergraben. So sieht das aus. Ah, das wird lustig. Ich habe echt Druck da drauf. Bisschen Mining und so weiter. Und das auch schön auf Bedrock-Höhe ist natürlich richtig krass, ne? Guck mal, da ist Redstone. Redstone-Nasen. Nice, das lohnt sich doch. Das hat sich doch jetzt schon gelohnt. Weiß einer, hatte ich mal mitgezählt, wie viele Blöcke wir gegangen sind? Ne, ne? Ich glaube, das soll der erste Part sein. Und dann gehen wir zur anderen Seite, gehen wir auch nochmal ein ganzes Stück weiter rüber. Und dann werden wir mal gucken, dass wir... Dann werde ich... Oh, scheiße. Lava, 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 Lava. Oh, schnell was hingelegt. Ich habe erstmal einen Rückwärtsgang eingelegt, weil ich dachte, oh, oh. Das ist natürlich doof, dass da jetzt Lava ist. Das ist ja richtig doof, dass da jetzt Lava ist. Lass mal gucken, wo der Lavasee beginnt. Lass mal von hier aus schauen, ob wir da mal... Oh, das ist ein tiefer Lavasee, glaube ich. Ob wir den irgendwie zumachen können oder so. Das ist auf jeden Fall hier auf dieser Höhe, ne? Oh, da ist auch schon fließende Lava. Alter Vater. Pass auf, können wir... Können wir noch einen Tick weiter hier rangehen? Kommt uns hier auch gleich fließende Lava entgegen? Ne, hier steht die Lava. Ja, da steht die Lava. Lass mal gucken, wie wir das ein bisschen... Ähm, wie wir hier dran ein bisschen was ausheben können. Wie wir die Lava gegebenenfalls ausheben können. Oder wie wir an der Lava entlang gehen können. Oder, oder, oder. Also, wie wir quasi mit der Lava leben und arbeiten können. Wir müssen ja nicht... Wir müssen ja nicht immer, ne? Wir müssen uns ja nicht in Gefahr bringen, sozusagen. Aber eine schöne Lavakammer. Eine schön große Lavakammer vor allen Dingen. So, lass mal hier gucken. Hier ist auch irgendwo Action, ne? Man hört den... Das Skelett hört man... Ist tierisch getriggert. Das ist tierisch getriggert. Und hier gibt es nochmal ordentlich Eisen jetzt. Gut, dann werden wir gleich erstmal hochgehen und das Ganze alles wegbringen. Und dann werden wir uns Gedanken machen, wie wir diesen Lavasee... Ähm... Mal gucken, was das für eine riesige Höhle ist. Entweder haue ich einmal Wasser rüber. Dann haben wir hier Obsidian. Was mehr oder weniger gut ist. Oder... Ähm... Wir lassen den See einfach so. Müssen wir mal schauen. Ich habe keine... Ne, ich habe leider keine Dings dabei. Keine Treppenstufen. Das müssen wir dann auch morgen in der Folge machen. Dass wir hier mal anständige Treppenstufen hinlegen. Dass wir halt nicht dieses Gehübel haben, ne? Dann werden wir dann noch ein bisschen was über den Kopf wegmachen müssen. Und hier brauchen wir ein bisschen mehr. Ist das da hinten ein... Warte mal, kann man nicht? Ah, doch. Stimmt, ich habe hier OptiFi drauf, ne? Da kann man so ranzoomen. Genau. Das geht ja über OptiFi. Ähm... Genau, das hier wollte ich mir ein bisschen größer haben. Nicht, dass ich hier irgendwann nicht mal... Oh, fuck. Oh, scheiße, habe ich mich erschrocken. Von wo kam das? Das kommt von da irgendwo, ne? Oh, wir müssen weiter hier. Oh, ich muss schnell hoch. Alter, habe ich mich erschrocken, Alter. Hahaha. Oh, mein Herz ist schon stehen geblieben. Hüppel, 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 hüppel. Da hat ein Skelett auf mich geschossen. Das hast du die ganze Zeit schon gehört, aber das war nicht das... Das war nicht das gleiche Skelett. Das war ein anderes Skelett. So, einmal das rüber. Oh, habe ich mich erschrocken, ey. Aber so richtig, so richtig mit zusammenzucken und so. Gut, das alles mal da rein. Hier haben wir ein bisschen Eisen, das kann man mal aufschmelzen. Dann haben wir noch acht hier drin. Ja, das passt. Also acht Stück brauchen wir mindestens, aber wenn da nichts mehr drin ist, dann wird das ja auch passen. Cool. Dann haben wir mal ein Stack Iron auf jeden Fall gefahren. Ein bisschen Gold, das ist schon mal nice. Und ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke für den ganzen krassen Support. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns morgen bei einer weiteren Folge wieder. Bis dann. Tschüss.